Wirkt ziemlich verlassen. Die fahren vermutlich alle nach Hause nach den Feiertagen. Ist doch ganz nett. Und sonst noch jemand hier? Ist Tamra zu Hause? Du hast dich wohl in der Tür geirrt. Ich dachte, wir wären hier die einzigen. Was zur Hölle? Dad. Hilfe! Lass uns in Ruhe! Ich bringe einen bitte. Lass uns in Ruhe! Wir fangen gerade erst an. Lass uns in Ruhe! Lass uns in Ruhe! Lass uns in Ruhe! Lass uns in Ruhe!